Was machen Sie denn da? Passt du ein bisschen? In dieser komischen Maskerade? Haben Sie mich der nicht rufen hören? Es ist doch Stockton. Da draußen, da ist Madame Grandes das Loch gefallen. Ist das Loch Madame Grandes Loch oder ist das mein Loch? Tüppflug! 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 Aha, Peng Peng Tune Tune! Tüppflug! 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 Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser. Gut, viel besser. Ähm, wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war in Erpresse. Nein, doch. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von Ihnen erpresst worden sind. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich singe, nein, doch. Oh. Ich singe, nein, doch. Oh. Ich singe, nein, doch. Oh, oh, oh. Und da habe ich natürlich angenommen, dass Sie mit ihm Kontakt gehalten. Noch eine Runde. Das ist mir jahrelang. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.